Bei diesem Lauf an, also Wadden, Timo Bauer und Rassos Jens in Wienberg in Lauf 9 am Startbahn und in Wienburg-Steppland anzureiben mit der St. Juli Kroner und mit der 5. Max Wilger. Und natürlich die beste Gelesung zwischen Herrn Rundberg bei dieser Stelle und glaube ich auch von allen Zuschauern hier. Es laufen zwei Minuten und jetzt geht es weiter mit Lauf Nummer 9. Lauf Nummer 9. Also Rassos Jensen von Wadden, Timo Bauer, gegen Wienberg jetzt ins Rennen und Tobi Kohler und Max Trigger wollen versuchen für Bromstin natürlich das Maximum einzufahren. Ready, Leute. Lauf Nummer 10, 2 Das war's. Und das Rennen ist erneut geschlagen. Und Bachstecher und Rubikowler sind vorne auf Platz Nummer 3. Rasmus Jensen für den Bergerland auf der 4. Abbruch, Rennen, Abbruch.